Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn wir Konsumentinnen fragen, auf was sie beim Kaufen von Make-up am meisten schauen, klingen sie in der Regel so. Es muss gut verträglich für die Haut sein. Bekannte internationale Marke. Eine Auswahl an schönen Farben. Eine neue Makiage-Linie, die alle die Erwartungen erfüllt, gibt es jetzt bei GOP. Sie kommt von L'Oreal und umfasst eine ganze Palette an qualitativ hochstehenden Produkten zu sympathischen Preisen. L'Oreal hat alles für einen absolut natürlichen und ebenmässigen Teint, intensiven Ausdruck von den Augen, für geschmeidige, verführerische Lippen und perfekt pfleckte Nägel. Auch ohne grossen Aufwand kann man mit L'Oreal jeden Tag gut aussehen. Wir haben Yves Stöckli, einem bekannten Make-up-Artist von L'Oreal, beim Schminken, den Stephanie Berger, Miss Schweiz 1996, ein bisschen über die Schultern geschaut. Grüezi miteinander. Wir beginnen mit der Grundierung. Um harte Übergänge zu vermeiden, sollte die Wahl vom Make-up möglichst der Hautfarbe vom Hals entsprechen. Dann das ganze Gesicht mit Puder fixieren. Wenn auch die Augenpartie gepudert ist, den Lidschattenpuder gleichmässig auf dem Augenlid verteilen. Mit einem Eyeliner beim offenen Augen Markierung machen. Dann den Stift waagrecht ungefähr im 40 Grad Winkel zu dieser Markierung ziehen. Das Maskerabürstchen hin und her bewegen, sodass die Wimpererhaare ins Bürstchen gleiten. Durch den Konturenstift kann der Lippenstift nicht auslaufen. Und man korrigiert auch gerade unvorteilhafte Lippenpartien. Dann den gewünschten Lippenstift wie gewohnt auftragen. Schminken kann man sich mit frechen, gewagten Farbkombinationen oder mit den klassischen Make-up-Farben. Hauptsache sie passen zum Typ und werden mit Überzeugung gedreht. Herbstliche Melancholie gehört allerdings definitiv der Vergangenheit an. Pfiffige Schick im Mineral Jungle Stil ist jetzt angesagt. Inspiriert von Mineralien, einem Tier und einem Pflanzenreich, bringt Mineral Jungle Farbnuancen und Abwechslung in die gewohnte Herbstpalette und ermöglicht raffinierte Effekte. Mineral Jungle, die neue Herbstkollektion von L'Oréal, kommen Sie jetzt in unseren Läden rüber und bestimmt gilt auch für Sie. Warum L'Oréal? Weil ich es mir wert bin. Because we're worth it. I like it, yeah. Yeah, yeah. Ein sicherer Wert, wenn auch auf einem ganz anderen Gebiet, ist der Küchenchef des Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, Armin Amrain. Auch mein Rezept ist heute herbstlich eingefärbt. Es ist ein Hartöffelgratin mit Wascheran und Lauch. Grüezi miteinander. Speckstreifen ohne Fett knusprig braten. Den Lauch kurz mitdämpfen. Dann die Herbstöffel dazugeben und mit einem halben Dezli Weisswein ablöschen. Mit Salz und Pfeffer leicht würzen. Dann gut 5 Minuten dämpfen und in eine grosse Gratin- oder Auflaufform füllen. Für den Guss Weisswein, Wasser und den resten Knoblauch aufkochen lassen. Graffelten Wascheran drin lassen, schmelzen. Mit angerühtem Maizena nochmal aufkochen. Und mit Pfeffer, Salz und Muskel würzen. Dann den Guss über den Gratin verteilen. Den restlich waschen und geriebenen Graierzer übers Gericht streuen. Und im vorgeheizten Ofen eine knappe Stunde backen. Das Rezept finden Sie wie jede Woche in der Coopzeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Schweizer Küche, französische Küche, italienische Küche, asiatische Küche. Alles kein Problem für einen Chefkoch wie Armin Amrein. Aber auch für andere nicht, die gerne gut und vielseitig essen. Dann jetzt gibt es Bon Appétit. Die neue Menülinie von Coop. Einfacher geht es wirklich nicht. Ich habe meistens nicht viel Zeit. Es ist mega schnell bereit. Bon Appétit, frische, die man sieht, Genuss, die man erlebt. Zwölf feine Gerichte nach bekannten und abwechslungsreichen Rezepten aus der internationalen Küche. Bon Appétit exklusiv bei Coop und in zwei Minuten fertig. Und auch noch wichtig, mit Preisen zwischen 3,90 und 4,60 Proportionen, sind die Menü auch für das Portemonnaie leicht verdaulich. Neben Neuheiten wie Bon Appétit finden Sie die Woche in unseren Läden die gewohnten Aktionen. Das beliebte Coop-Quicknuss-Schinkli zum Beispiel kostet per Kilo nur 19 Franken. Und Mondial Orangesaft im Multipack gibt es 42 billiger. Mit der Go-Profit-Karte gibt es Captain Igloo Fischsticks im Trio zum halben Preis. Und eines der kleinsten und leichtesten Mobiltelefon der Welt, das Motorola StarTag 70, offerieren wir Ihnen inklusive Gurtclip, Ladegeräte und Easy Card 170 Franken günstiger. Denn Sie wissen ja, Go-Profit plus, vorzeigen, sofort profitieren. Die neue Maquillage-Linie von L'Oréal und aktuelle Schmink-Tipps haben wir Ihnen heute unter anderem vorgestellt. Wer sich eher für die neuen Trends bei den Spielsachen interessiert, sollte das Coop-Studio in einer Woche nicht verpassen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Auf Wiedersehen! Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei.